Kannst du deinen Scheiß? So, dass du das nicht reinschneiden kannst. Die sind alle so geschmeckt, dass wir die nicht sehen. Wer schneidet das Video? So. Kannst du losgehen. Ich mach mal irgendwie Song. Herzlich willkommen jetzt zu einem neuen Video von unserem Kanal. Heute machen wir mal die Twitter-Challenge. Und dazu haben wir uns hier prominente Gäste geprüft. Ach ja? Die unsere Videos immer kopieren. Ja. Wir haben einmal die Loris dabei. Hallo. Guten Tag. Die Damen dort draußen. Und wir haben den Alex dabei. Das ist so ein Alex. Das ist ein Alex. Nein, das ist ein Alex. Nein, das ist ein Alex. Und ich werde jetzt Tweets vorlesen. Von sehr bekannten YouTubern, also die eigentlich jeder von uns kennen müsste. Boah, das wird wirklich lustig. Ich darf eigentlich gar nicht sehen, welche Smileys oder welche Emojis, weil die Emojis, die verraten direkt, welche YouTuber das ist. Würdest du einfach reinrufen? Ja, ihr dürft. So, aber schon jetzt beordnet. Und müssen wir sprechen. Und doch. Und doch. Leute, wisst ihr was? Das Einzige, was ich heute gegessen habe, war ein riesiger Eisbecher. Bibi. Okay, auch nicht das Schrecklichste. Bibi. 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 Wir haben jetzt wirklich keinen Plan. Keinen Plan? Ne, war für Stopp. Keine Ahnung. Es ist eine männliche Person. Aber alle so über 800.000 Abos, ne? Ne, ne, der ist nicht so bekannt, aber ihr kennt den, das weiß ich. Ja, Broken Thumbs? Haben wir schon mal was mit dem gefragt? Ich helfe euch, das war der Prinz. Aha. Naja. Ich dachte, das wäre so einig, wenn das doch Sinn. Auch wenn es sich anfühlt wie das Ende der Welt, es ist nur Montagmorgen. Call them down up live. Ja, Melina. Melina? Ja, oder? Melina, oder? Doch. Wer war das? Oder Mars? Gib mal einen Tipp. Du kannst ihm einen Tipp geben. Ja, einen Tipp geben. Ich bin auf Twitter so einmal pro zwei Wochen ungefähr. Sag mal. Ist gut. Die Followeranzahl von der Person ist so, ich glaube so 250.000 Follower. Sag mal einen anderen Tipp, der ist scheiße. Ja, okay. Männlich, männlich. Muspett. Ne, ich weiß nicht, ich weiß nicht. Muspett. Ne, sag mal was der macht. Alles klar. Comedy. Gut, dann sagst du den nächsten Mal vor. Wenn ich jetzt noch einen Tipp, auch wenn es sich anfühlt wie das Ende der Welt, es ist nur Montagmorgen. Call them down up live. Der ist ein YouTube-Kanal. Alex? Ähm. Der ist ein ziemlich inaktiver YouTuber. Ähm. Mibu. Nimm mal von World TV's. Ja. Äh, TC? Ne, O's. Nein. Äh. Weisheit von Mama. Was bringt dir gutes Kung-Fu, wenn du kein gutes Karma? Julian. Ja, Tulien. Das war eindeutig. Ich schreibe aber so, Tulien. Okay. Ach. Ah, ah, ah. So, dass ich nicht rein schl offenses. Ach. 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 Warte! Wurde in Köln verfasst. Oder beziehungsweise... Alle von den Elbs lebt. Unge, hast du gerade gesagt? Habe ich zuerst gesagt, ja. Entwarnung, der Porno in meinem Koffer wurde nicht entwendet. Gibi. Guck mal, guck mal jemand um die Lampe. Es sieht aber voll gut aus, so diebmäßig. Oh scheiße. Du wirst kuschelig. Und kaputt. Ne, der Wackelkopf trägt, oder? Steckdose. Warte! Ich schwöre auf. Ich schwöre auf. Die Kamera läuft die ganze Zeit. So, lass mal weitermachen. Wir haben jetzt die Lampe wieder repatiert. Hoch die Hände. Wir können das nicht erklären. Hoch die Hände, Wochenende. Entschuldigung, das war behindert. Entwarnung, der Porno in meinem Koffer wurde nicht entwendet. Nein, das ist nicht lesen. Hans Entertainment. Ja, interessant. Nein, das war. Entwarnung, der Porno in meinem Koffer wurde nicht entwendet. Ja, mal Tipp bitte. Männlich, aber das hätte man sich auch vielleicht denken. Scheiße. Warum, Manuel? Wer? Wie gut ich bin, ey. Manu, die sind alle so schlecht, Mann. Ey, hier. Manuel, ich bin einfach das Brain hier. Und die sind alle die... Ich bin dann Novell und Adolf ist halt das Bürgertum. Man könnte an der Art vielleicht erkennen... Llenko, Llenko. Warte, warte. Alles Gute at BigTasty. Kennen wenige Menschen mit so viel Temperament. Das sind wir. Ha, ha. Witz! Das war so scheiße. Ich hab mich früher mal verstellt, um jemandem zu gefallen. Macht das nicht, Freunde. Bleibt euch immer selbst. Hey, Bladi. Hey, Bladi? Ja, ganz, ganz sicher. Hey, Bladi. Soll ich solche Tweets können oder so? Nee, ich hab den Tweet einfach gestern gelesen. Oder heute Morgen. Ich weiß nicht genau. Erwartest du niemals zu viel von einem Menschen. Bleib stark, wenn du es doch getan hast. Hey, Tutorial. Du musst dich nur auf dich selbst verlassen. Sammy Stimani. Sammy Stimani, oder? Nein. Dagi. Dann Juliakos. Team Bibi. Hä? Was? So ein Sprung? Der ist gut. Riona! Ey, gib einen Tipp. Wie groß ist der YouTuber? Boah, schon. Also... Oder was ist das für ein Typ? Es ist eine Frau. Shirin. Ja. Ja? Ah, okay. Ja, kennt man ja nicht. Das war jetzt wirklich... Wer ist... Wer ist Shirin Davy? Die kennt man doch viel sogar. Wenn ich mich jetzt aus... Okay, 1, 2, 3. Oma, siehst du dich aus. Tschüss, bis. Was? Also, wir könnten uns alle ausziehen und dann nackt hier im Raum rumfenzen. Nee. Ich hab keine Interesse daran. Wenn du zieh mich so einfach aus... Ey, wenn das Scheiß-Titel jetzt... Lochis ziehen sich aus, Punkt, Punkt, Punkt. Irgend so ein super geiler Titel. Okay, wir machen weiter. So. Das... Was? Abonniert Beyond Ballera. Ja, das war's. Das war's mit dem Video. Abonniert alle die Lochis und Vlog-Buster und Grischi Studios. Tschüss. Aber mich unbedingt. Und die letzten Videos auch. Die hier irgendwo verlinkt sind. gray schluss. Wie? Das ist ein Kieler Tag.